Wähle einen Charakter! Heute ist Flats Geburtstag. Seine Familie will ihn mit einem Familienausflug überraschen. Alles Gute zum Geburtstag, Flats! Vielen Dank auch! Wähle einen Ort aus, an den du gehen möchtest. Wir werden heute eine Unterwasserstadt besuchen. Es ist Zeit zu gehen. Führe die Familie zum Ort der Party. Ich kann den Eingang zur Unterwasserstadt sehen. Wir sind fast da! Willkommen im Unterwasserpark! Lege die Karte auf den Scanner! Zieht unseren Jungs schicke Kleider an! Zieht unseren Jungs! ium und jetzt auf den Schenkel! Im Schenkel! Ihr seid ihr seid! Die Karte auf die Karte! Bis zum nächsten Mal. Setz die Jungs in das U-Boot. Lass uns das Tor mit Wasser füllen. Drehe den Wasserhahn. Lass uns die Unterwasserwelt des Ozeans erkunden. Lass uns die Unterwasserwelt erkunden und das U-Boot mit dem Joystick steuern. Ein Stein auf unserem Weg. Zerstöre ihn! So viele Unterwasser-Kreaturen. Was für eine schöne Unterwasserwelt. Dies ist ein uraltes Artefakt. Dies ist ein uraltes Artefakt. Interessant. Wo sollen wir mit diesem Weg hinkommen? Dies ist der Eingang zur Unterwasserstadt. Der Eingang zur Unterwasserwelt. Der Eingang zur Unterwasserwelt. Der Eingang zur Unterwasserwelt. Unterwasserwelt. Der Eingang zur Unterwasserwelt. Der Eingang zur Unterwasserwelt. Was für ein kompliziertes Getriebe! Hilf uns, es zu reparieren! Tippe auf den Schlüssel! Noch einmal! Noch einmal! Der Eingang ist offen! Wer ist dieser Roboter? Die Unterwasserwelt ist so schön! Ein neues Rätsel! Schiebe die Statuen zu den Säulen! Gut gemacht! Du bist so clever! Ich bin so clever! Schiebe die Statuen zu übernommen! Schiebe die Statuen zu übernommen! Die Statuen zu übernommen! Schiebe die Statuen zu übernommen! Untertitelung des ZDF, 2020 Die Tür ist verschlossen. Wir brauchen einen Schlüssel. Der Schlüssel liegt auf dem Boden des Aquariums. Hol ihn dir! Öffne den Deckel. Schiebe einen Schlauch zu dem Gummiring. Fülle das Aquarium mit Wasser. Hol dir den Schlüssel. Tippe ihn an. Hurra! Wir haben einen Schlüssel. Das Tor ist offen. Das ist das Kontrollzentrum der Stadt. Aktiviere es! Es funktioniert! Bewege den Griff! Hurra! Die Stadt hat wieder Strom! Untertitelung des ZDF, 2020 Platzfreunde sind gekommen, um ihm zu gratulieren. Platzfreunde haben eine Überraschung für ihn vorbereitet. Tippe flattern, um die Kerzen auszublasen. Hurra, was für eine schöne Party. Alles Gute zum Geburtstag, Flatt!